Ich spiele Paul Schlegel. Das ist ein Schauspieler. Ursprünglich hätte er auch Zwerge spielen sollen. Aber wir hätten schon gemerkt, dass ich aus Paul Schlegel zu besserem mich eignen würde. Ich bin der heilige Star in diesem Ensemble, in dieser Schauspielertruppe. Ich kann dann schlussendlich den Prinz spielen. Ein riesiger, aufgestellter Typ, der auch etwas umgarnt und nicht abgekneigt ist der Frau gegenüber. Ich mache gerne Ketschkommiketschen und ab und zu brauche ich den Mundspray.